Die Hollywood News im Gala Ticker Alex Petifa, Herz, Schauspielkollegin, Eise Gonzalez, Plus, 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 Sean Connerys, Enkelin, setzt auf gewagten Strandlook, Plus, 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 Emily Ratakowski, spricht über ihr Dating-Leben. Hollywood News, 2023 im Gala Ticker 25. April, 2023 Alex Petifa, Herz, Schauspielkollegin, Eise Gonzalez Nach wochenlangen Gerüchten bestätigte Toni Gahn, 30, am Samstag, 22. April in ihrer Instagram-Story die Trennung von Ehemann Alex Petifa. 33. Während sich das Topmodel in New York ablenkte, veröffentlichte der Schauspielstar ein Foto von der gemeinsamen Tochter Luca Malaika, die im Juli 2021 auf die Welt kam und für die das einstige Paar seine Beziehung als Freunde und Eltern laut Gahn weiterführen wolle. Doch Petifa hat mit einem weiteren Posting auf der Social-Media-Plattform für Aufmerksamkeit gesorgt. In seiner Instagram-Story teilt er ein Foto von Eise Gonzalez. 33. Mit der er bis vor wenigen Tagen für den Guy Ritchie-Film, The Ministry of Ungentlemanly Warfare vor der Kamera stand. 35. Die selbe Aufnahme hat die mexikanische Schauspielerin auch auf ihrem Account veröffentlicht, verlinkt Alex Petifa, entfernt ihn dann aber wieder. Darauf nimmt er in einem Kommentar augenzwinkernd Bezug, meint, wer auch immer der Fotograf war, diese Fotos sind wunderschön. Der Inbegriff von schickem Filmstar und fügt ein weißes Herz hinzu. Manch ein User wittert direkt mehr, einer kommentiert, ich glaube nicht, dass deine Frau diesen Kommentar mag. Ein anderer Follower betont, dass es sich auch einfach um eine Freundschaft handeln könnte, die möglicherweise am Set entstanden sei. Eine Reaktion auf Petifas schwärmend neckische Worte sorgt dann aber für das größte Fragezeichen. Ex-Tony gibt seinem Kommentar ein Like, ihr gefällt also, was Alex seiner Schauspielkollegin Eise schreibt. Saskia Connery Mehr als einen Seestern braucht es nicht. Die Enkeltochter von Sean Connery, 90, weiß ihre Instagram-Follower, innen zu begeistern. Frei nach dem Motto Weniger ist mehr, zeigt sie sich auf ihrem Profil nur mit dem Blick zum Himmel im Wasser treibend. Auf ein Bikini-Oberteil verzichtet sie dabei, verdeckt ihre intimsten Stellen nur mit einem Seestern. Das schöne Foto kommentiert Saskia Connery, 26, mit In Liebe zu dir, Mutter Natur Ihr zufriedener Gesichtsausdruck lässt darauf schließen, dass sie sich im Meer besonders gut fühlt. Diese Gemeinsamkeit teilt sie wohl mit ihrem verstorbenen Großvater, der sich zu Lebzeiten unter anderem für die Rettung der Korallenriffe vor den Bahamas einsetzte. Bei ihrem Beitrag handelt es sich um einen Repost aus dem Jahr 2020, was zeigt, dass sie scheinbar besonders stolz auf diese Aufnahme ist. Das Foto dreht sich jedoch nicht nur um die Verbindung zur Natur, sondern vor allem der Look der 26-Jährigen fällt ihren Fans auf. So schreiben verschiedene User-Innen Dinge wie Wow oder Immer Wunderschön unter den Post und verteilen viele Herz- sowie Flammen-Emojis. Amen. Amen. Amen.